hey leute willkommen hier zurück bei battlefield 5 dem kampagnenmodus so wir müssen jetzt erstmal runter das ist doch cool wobei vielleicht gar nicht so klug da rein zu ich warte mal oh mein gott halt stopp halt stopp du sollst mal laufen jetzt ich werde hier ein bisschen suchen nach neuen waffen und so schön weiß aber da gibt es irgendwie keinen richtigen weg nach drin so hier war irgendeine polizeistation kann auf dem arsch rutschen oh warte mal da gehe ich rein und dann müssen wir vielleicht doch noch weiter skifahren ich hoffe da wird nicht wieder kalt keiner drin oh guck mal einfach nur eine hütte ja was will ich denn mit dem teil ok ist aber nicht schlecht was ich hab das hab ich ach so warte das ist eine seilbahn ich verstehe oder also da boah das ist ja voll weit noch ich will mal was probieren ok das tat weh hui das ist irgendein gang boah das macht irgendwie voll gaudi ha 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 oh da unten hätte ich bestimmt voll cool auf das dach springen können oder auch nicht da ha 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 so hier ist das erste ziel aber ganz ehrlich aber ganz ehrlich hätte ich lieber irgendwie von hier oben alles erkundet ok dynamit ich lauf mal noch zurück kommt schneller da geht es nicht rein ja ja oh schon mal besser da finde ich hier irgendeinen weg da rein da ist eine leiter oh hier hätte ich bestimmt voll drauf springen können ah genau sowas wollte ich haben so wir haben da zwei da ist das wasser so so warte mal ich muss da irgendwie näher ran ich bin doch gerade da gewesen und da hat mich schon einer entdeckt das heißt da unten muss auch irgendwo einer sein da ist noch einer was ist das wasser genau dieser lkw ja gut den können wir ja ganz einfach von hier oben mit dem mit der panzerfaust ja noch einen markiert hey du bist ein verrückter Hund ey haha aha das müssten wir wenn möglich sabotieren da gibt es aber sicherlich noch mehr davon dann boah wie geil das aussieht Problem ist jetzt warte wenn ich da unten rein baller wir erwischen ja dann nicht alle oder gut da könnte ich drauf ballern dann erwischen wir das eine nein na komm komm ja man warum ist denn die waffe nicht nachgeladen wenn ich die entdeck ich die aufhebe ja jetzt kommt Unterstützung aber das teil ist leer ne leer sag ich kaputt ja hallo also als ob der hier hoch werfen kann oh der kann das oh mein gott haha ey wie hoch wirft der denn das geht doch gar nicht vor allem so steil können wir das irgendwie kaputt schießen wo seid ihr denn wo seid ihr denn da ja sehr schön alle mitgenommen na gut nicht alle das war's das teil ist aus okay ging ja noch oh lol was dat denn als ob das hab ich überlebt was was ey bestimmt weil ich hier rein gefallen bin in das teil auf dem normalen boden wäre ich wahrscheinlich jetzt tot lol das war ja mal ja okay das war sehr sehr lustig ob der das überlebt ey oder sie na gut dann hätten wir den ersten punkt hier ganz easy peasy zerstört ja das wollen wir uns natürlich hier noch ein bisschen umgucken oh weißt du ich hab da so bock drauf alles hochjagen hier haha ob ich die auch hochjagen kann moment testen wir gleich aber erstmal das teil hier kaputt machen ne oh mein gott vorsicht waren noch nicht alle hahaha geil wie viel habe ich noch an muni 32 hier sind 31 und das ist auch die bessere waffe finde ich okay na gut dann gehen wir zum nächsten punkt ne kann man uns ja so ein auto ausleihen ja bitte mal den nein du sollst vorne drauf genau ja ich will erst zur polizeistation weil die müsste näher dran sein äh wo geht's denn da lang eigentlich so vor allem hey brauche ich ja gar nicht mit dem teil fahren da kann ich auch mit mein skigerät dahin also warte ah ne da hinten ist es oh nein ist es das auto kaputt egal warte oder den kriegt man auch so gut speed hin geht doch rucki zucki ich weiß muss nur aufpassen dass ich nicht hier in so ja wie ich höre welche wui oh mein gott oh mein gott boah da bin ja schon richtig ich ja die schrift kann man sehr gut lesen hä achso gut da ist die alarmanlage achso da ist ja schon der wagen im prinzip ist es am besten einfach nur irgendwie von hier hinten drauf zu ballern und zu verschwinden ne das ist der gar nicht verdammt das war der nicht das ist ein anderer wagen der steht weiter unten oder hinten ja der ist aber auch nicht hä wo ist er ähm können wir hier auch irgendwo aufs dach das wäre natürlich nice dann springen wir wieder so runter so ganz cool na du oh warte mal ne nicht da ich weiß jetzt gerade nicht wo der ist verdammt ich geh mal zurück der hat sich blöd umgedreht ok ich wusste es es hört wie das ganze dorf keine gute idee ok ah wieso habe ich es ich bin doch gerade da vorbeigelaufen ich hätte es ja auch mal deaktivieren können ne scheiße aufpassen so oh nein da kommt der nachschub den muss ich direkt jetzt vor allem wie viele wo ist denn der hin keine munition mehr ok das wars hier werdet ihr wahrscheinlich keine chance haben wir müssen irgendwie höher oh die hütten sind schön fast echt aus staatspolizei information warte mal vielleicht hier oben vom fenster aha das glas sieht ja komisch aus ja das ist doof hier ist nicht schick oh mein gott jetzt habe ich den das war so ein scheiß schuss der erste aber welcher lkw ist das jetzt habe ich keine munition mehr für die panzer für die panzer faust da muss ich rein oder was boah hä da nein geh weg du arschloch das macht man nicht yo schon wieder voll viel gefresst diese typen ja da war aber noch einer da unten am haus aber ich finde es cool die map ist schön hell da ist bewegung boah der ist voll weit oder warte boah krass boah als ob der kommt nicht hier hoch hä ist das ein statist oder was das sind das sind alle blöde ey jetzt läuft er mir hinterher der Arsch äh 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 komm ach der hat Angst na du blödmann ey der wird doch nie im leben so da stehen bleiben überleg doch mal ist doch irgendwie doof ja auch da habe ich wieder muni sehr schön was ist dann was ist denn was ist denn ich war das und was ist denn das direkt hier guck geh hoch guck wir sind hier und alle zusammen alle zusammen Das finde ich auch so blöd Im Multiplayer, ne Dass die hier so dann schräg liegt Auf dem Stein Als könnte man das in echt nicht irgendwie Ausgleichen Komm du Flipper Ich höre dich schon wieder so deutlich Als ob die neben mir stehen Hat der noch was? Ah ne, den hat ich schon gelootet Na Lauf Ich sehe halt keinen mehr, ne Aber ich würde sagen Weiter geht es zum nächsten Part Danke fürs Einschalten Gebt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat Und haut drin bis dahin Tschüss Ah Warte Okay, tschüss